Musik Kennst du es? Du musst etwas kochen oder im Garten machen und deine Hände sind dann entweder dreckig oder so verfärbt? Keine Angst, ich zeige dir, wie du sie wieder sauber bekommst. Musik Alles was du brauchst, ist ein bisschen Spülmittel und Salz. Zucker geht auch. Einfach Spülmittel in die Hände, Salz dazu, ein bisschen Reiben und schau die Farbe ganz einfach weg. Tipptopp, meine Hände sind wieder sauber. Musik